Perfekte Tarnung, hohe Auflösung und jederzeit dabei. Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Kamera prüft dann die Micro SD-Karte und nach wenigen Sekunden ist das Gerät einsatzbereit. Ein Tastendruck auf die Fototaste und ein Foto wird aufgenommen. Ein längerer Druck auf die gleiche Taste ermöglicht eine Videoaufnahme. Ebenfalls ist es möglich, eine reine Tonaufnahme durchzuführen, indem die Power-Taste kurz gedrückt wird. Ein langer Druck auf die Power-Taste schaltet das Gerät wieder aus. Die Aufnahme läuft. Hier sehen Sie jetzt das Originalbild der Kamera. Erwerben Sie die Kamera online auf www.alarmen.de www.alarmen.de www.alarmen.de